Ich habe vergessen das, aber du weißt nicht, ob es ihm geschmeckt hat, ne? Schlecht im... Was? Das passt nicht. Leute, wir haben ein Problem. Einmal mit Profis. Das ist so schwer. So, vielleicht minimiere ich wieder mein Spiel. Ich wette drauf. Hä? Welcher Folge bist du denn jetzt? Jetzt bin ich bei der dritten. Fängt die gerade erst an? Ja. Na, okay. Hallo! Soll cool sein. Das war... Nicht erfolgreich. Na, okay, schade. Ich habe gehofft. Das war so erfolgreich wie ein Hirnstein. Und ich habe es gewusst. Das hat sich minimiert. Na, natürlich unlucky jetzt, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Na, ist ja nur ein Blick, damit ich es wieder groß habe. Oh, Mann! Wow! Was denn? Du hast... Alter. Hat jemand ein Baby verloren? Ein Baby-Zombie? What the fuck? Habe ich ja noch nie gesehen. Na doch, die sind mega schnell, ne? Mein Gott, ey. Da denken wir an, Kinder sind lieb. Nein. Das sind die doch nie. Ja, das stimmt. Die Teufel. Ich bin eine Treppe. Ich setze mich falsch rum hin, ne? Oh, weißt du was? Wann haben Treppen denn ein eigenes Gehirn, Alter? Ich habe gerade verstanden. Du bist eine Treppe. Oder ja, klar. Nicht. Tatsächlich? Oh Gott. Ich habe gesagt, ich bin eine Treppe. Ich denke selbstständig. Weißt du? Pixel. Teil der Wahnsinn. So, jetzt. Sex, ey. Ah, toll. 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 Ich bin Stein. Hm. Hm. Bitte muss hier unbedingt Lava sein. Warum genau habe ich hier nochmal einen Zaun hingesetzt? Hm. Hm. Wolltest du nicht eine mächtige Armee errichten voller loyaler Tiere? Ja, aber ich habe irgendwie einen Zaun unter meinen Treppen gebaut. Halt völlig schwachsinnig. Krass. Krass. Halt. Halt. Wahrscheinlich wollte ich dem aus meinem Inventar loswerden und habe den da einfach hingesetzt. War nämlich der Letzte. Ja, Daniel, was wolltest du gerade sagen? Nee, ich verhalte es mir. Ja, du hast schon so viel Scheiße gelabert, ne? Es wird eine Mal mehr oder weniger, ne? ich bin noch was ich habe jetzt gerade erde gefahren und sehe gerade ich habe noch eine million tonne erde zu haus man verleiht das dann so also man gibt dir das und dann zwei minuten später denkst du nur so fuck eigentlich hätte ich es gebraucht das geht mir immer so alter steinfahrten so interessant wieso vermehren die sich nicht die scheiße womit macht man steine noch mal geil ich bin gleich tot also ich hoffe mal gleich ist doch schön so wie die halbe menschheit das war ein bisschen zu viel desrespekt ja das stimmt fand ich gut ich ziehe für heute zurück seid ihr irgendwie in der nähe von dem bett ja nein vielleicht ich bin bei meinem haus ja in deiner villa kleines neben gebäude das haus an dem du jetzt brauchst ist nur schuppen der vorbau für das richtige aus ja ich hab ja noch mega viel fressen vor allem muss mit essen im rucksack ja so muss das nein geht er jetzt rein tschüss ok ich muss mir das von da oben mal gucken hallo ja ja geht voll klar da kommt noch was hin das geht schon Ich bin richtig froh, dass Wochenende ist, irgendwie Spätschicht, geht mir so auf den Sack. Ist aber chillig irgendwie, so letzte Stunde haben wir nie irgendwas zu tun. Ja, das stimmt schon, aber irgendwie mag ich es doch denn lieber, wenn regelmäßig so ein bisschen was ist, was man machen kann und dann ist der Tag auch vorbei, da wartest ja den ganzen Tag darauf. Ja gut, das stimmt. Das stimmt schon, wie wir rum sind. Aber von Frühstück auf Spätschicht ist halt geil, ne, wenn du Samstags nicht musst. Jo, das stimmt. So, ich baue mich quasi ein. Okay. Also schon. Also schon. Dann musst du glaube ich zuerst braten oder zum Karottenkuchen, musst du Karotten machen. Karottenkuchen. D. D. Okay. Holz, 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 Holz. Mein Haus ist einfach übel sneaky. Ich kann mir nicht mal mehr in den rechten Winkel stellen, ne. Irgendwie ist das, äh, da ist was nicht richtig. Entweder ist da was nicht richtig oder du bist sehr weinerlich. Warum kriegst du ein EP, wenn die Schweine poppen? Ich mein, ich hab da nichts gegen, aber ein bisschen seltsam. Ist doch ganz normal, da gewinnst du auch eine Erfahrung, wenn Schweine was tun. So, die Frage ist, möchte man diese Erfahrung? Weiß nicht, mein Bauer bist bestimmt. Alter, ein Zombie, dem haue ich auf die Fresse. Ähm, hier. 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 Schämen. Ähm. Ja. Ich wollte fragen, ob du schwul bist, aber gut, dass du schon früher geantwortet hast. Ähm. Hi Daniel. Florian? Ja. Nix. Okay, cool. Sehr informativ. Mh, auf jeden Fall. Ach ja, ich rodle ganze Wilder. Für mein Dach. Pflanzt du die auch nach? Pflanzt du die auch nach? Ja, ne? Auf keinen Fall. Okay, cool. Karl schlagt. Ist doch immer am schlechtesten. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Sind? Ich muss noch einen Karl schlagen. Warum das? Was hat er dir getan? Nein. Wenn ich alle Bäume fälle, habe ich einen Karl geschlagen. Echt? Mhm. Okay, cool. Und wie läuft das so ab? Gehst du einfach hin und haust ihn, oder? Ich höre die Brüder. Ah, sorry. Na, raucherhusten. Stimmt. Wo ich nicht mal rauche. Du raust hier 20 Kipp am Tag. Hä? Alles. Auf einmal. Ich wollte gerade irgendwas machen. Aber ich weiß nicht mehr was. Dann kann es nicht wichtig gewesen sein. Na, stimmt. Ich glaube, eine Diamantenschaufel ist schon richtig hustless, oder? Ja. Ist mir aber egal. Haben wir trotzdem eine gemacht. Ich habe es halt. Ich lebe halt nicht so arm wie ihr, kleinen Affens. Ich habe noch nie so schnell Scheiße gegraben. Alter, geil. Ja. Ja. Es ist ja schön. Es macht Spaß. Du marschst? Ah, verdammt. Wann ist, äh, Folge vorbei? Ähm, oh mein. Lol. Sieben Minuten. Okay. Was macht ihr eigentlich gerade? Macht ihr irgendwas anderes? Ich mach... Ich mach die... Automatische, beziehungsweise... Mechanische Erntemaschine. Ich baue. Ich baue direkt ab. Ich baue direkt ab. Schön, dass ich mich gerade gemütet habe, weil ich husten musste, aber meine Aufnahme hört man es ja trotzdem, ne? Ist schon... Wow. Und so, ich habe gehört, nach der Aufnahme müssen wir wieder ESO spielen. Was willst du spielen? Eh so. Hältes Rolls. Ja, später. Ja, wenn ich habe ich dann. Komm, komm doch wann wie viel wir aufnehmen wollen. Also ein paar Stunden brauchen wir noch, also zwei. Vielleicht. Ich hab Zeit. Ja, weil, äh, nach Schule ist ja instant quasi die Gamescom. Und danach instant sind wir fast wieder zwei Wochen auf Eastland. Jo. Deswegen, wir sind ein bisschen ausgebucht, was das Zeitthema angeht. August ist ziemlich... Weil diese Leute, die Relife haben. Schlimm mit diesen Idioten, ne? Ja. Kann ich auch gar nicht nachvollziehen, warum man sowas macht. Gut, dass ich eine Diamantschaufel habe. Geht. Ruck zuck, ne? Ja. Alter, fuck mich nicht ab. Schwörebröt. Smörebröt? Schwörebröt. Kennst du das? Smörebröt? Sag mir gar nix. Hab ich mir... hab ich erwartet. Ein bisschen. Ist aber überhaupt nicht schlimm, Daniel. Okay. Alter. Habt ihr damals dieses... äh, die Siedler oder so gespielt? Jo. Äh, ich hatte zwar ne CD davon, aber die hat ein Virus drauf. Die CD? Ja. Die, wo wir gekauft haben. Habt ihr die bei irgendeinem Türken um die Ecke auf der Straße gekauft? Nein, die haben wir im Laden gekauft. Das ist ja unlucky. Auf jeden Fall... Da kennt ihr das da, äh, wenn du diese einklickst und sagen, ja mach mal das und das und dann alles. Alles klar. So richtig demotiviert. Ja, alles klar. Mach ich. Aber du hast zwar keinen Bock drauf, aber ja mach ich. Das war immer herrlich. Hast du die immer unnötig irgendwo hingeschickt, obwohl du da gar nichts zu tun hattest? Einfach nur... Alles klar. Alles klar. Immer lustig. Alles klar. Ein bisschen Arbeit. Herrlich. Das waren Zeiten. Ich hab immer viel zu viele Aufträge gleichzeitig gemacht. Die wissen aber gar nicht, was wir zuerst machen sollten. Du Sklaventreiber. Natürlich. Unter meinem Haus ist too much Gravel. Richtig AIDS. Ah, super. Ja? Ist das echt super? Ich wollte... Ich wollte Holz setzen und hab, äh, Erde gesetzt. Super. Deswegen. Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ja. Das hat auf jeden Fall, äh... Tiefgang. Ja, genau. Hat einen richtig tiefen Sinn. Genau. Ja, ja. Ist halt nicht so, als ob diese... Das ist einfach total schwachsinnig. Nein, das ist schon... Man muss erst mal drüber nachdenken. Man muss sich das erst mal auf sich wirken lassen, bevor man das versteht. Eben. Muss man sich eincremen lassen und dann einwirken lassen. Genau. Eincremen lassen? Mhm. Ja, und dann wollt ihr lustig sein. Hahaha. Hahaha. Und hast du kein Fail-Bill dafür? Ach, wunderschön. Ja. Freut mich immer, wenn dann... Die Verzweiflung naht über so einen... Superlustigen jetzt, ja. Genau. Deutsche Verzweiflung ist halt immer noch... Habt Sex! Und gibt mir EP. Hahaha. Das ist so blöd. Einen Kommentar. Würdest du sie denn auch... ...ordentlich... ...oinken? Nein, Mann, die laufen einfach mit dem... Das Lustigste ist einfach, die haben Sex, indem sie mit dem Kopf... ...gegnen... ...gegen sich selber laufen. Die laufen einfach gegeneinander und dann kommt so ein kleiner Spasti da raus. Hast du im Bio-Interricht nicht aufgepasst? Genau, so wird man schwanger. Heißt das, wir hatten vorhin Sex, Daniel? Du und der Schichtleiter hatten es aber auch öfters mal. Hä? Natürlich, hast du es nicht bemerkt? Doch. Das war ein sehr intimer Moment. Ah, Captain! Das Niveau geht löten! Ja. Was soll das? Captain Kelsma muss eingreifen. Ja. Ich hab gehört, wir gehen da gleich... ...in die Mine. Irgendwer... ...irgendein Mikro hat sich grad gemutet oder verabschiedet. Meint ich nicht. Meint's auch nicht. Okay, dann war das ein sehr selbstsames Geräusch. War das bei mir? Vielleicht. Kennt ihr das? Nee. Ihr guckt so einen Horrorfilm? Ich weiß, du hast ja auch kleine Eier. Folge ist vorbei! Oh, dann... ...es meint ihr auch vorbei. Macht's gut! Haut rein! Ciao! Ciao! Tschüss!